Und Ihre Initiative versucht, dem entgegenzuführen. Sie versuchen, nicht zentrifugal zu denken, sondern gemeinsame Grundlagen zu schaffen. Und das ist eine Umkehr aus Wegen, die voneinander wegführen. Eine Umkehr, um einander wieder in den eigenen, wenigstens Horizont zu integrieren, ins Gesichtsfeld einzuwinden. Sie haben es geschafft, eine gemeinsame Plattform zu schaffen, etwas, worüber sich alle verständigen können, auf dem Gebiet, auf der, sozusagen ist die Grundlagenforschung, in Sachen politischer Kultur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017